hallo und willkommen zurück bei travelers rest so ist ein paar tage her für mich ich weiß gar nicht wo wir dran waren aber das kann man doch bestimmt noch mal irgendwie nachgucken scheiße wie geht noch mal die steuerung so hier keine aktiven quest also wahrscheinlich sollen wir leveln geld machen leveln wie viel geld haben wir denn wir haben ein bisschen geld was haben wir denn noch an getränken wir haben wasser sonst nichts wie sieht es mit essen aus essen haben wir auf jeden fall noch gehen wir mal in keller gucken kleine bestandsaufnahmen machen so der hier wäre fertig aber noch nicht so gut der hier ist am gären jung gereift aber noch nicht alt ne also ich glaube das gibt drei reifelstufen dann gehen wir noch mal raus was ich habe eine katze und wenn eben eine orangenen katze jeder kennt das behavior einer orangenen katze das ist absolut hilarious eine katze hat sich in die taverne geschlichen anscheinend hat sie beschlossen zu bleiben kaufe ein katzenkörbchen und ein wassernapf damit sie es gemütlich hat also katzenkörbchen und wassernapf kaufen merkt euch das leute wir gehen aber erstmal unsere standard sachen machen habe ich irgendwas ich muss mal mein inventar aufräumen so muss hier was gegossen werden das kann aber ernten so ich habe sehr viel grünen tee das gut dann schürfen wir auch mal eisen muss noch kohle sammeln so die tägliche routine lässt grüßen jetzt so langsam kupfer sammeln wir nicht hier war doch noch mal ein dicker kohle klumpen da sammeln nur eisen und kohle so hier rechts müsste noch mal ein doppelter kohle sein wenn ich mich nicht täusche ja so dann würde ich sagen bereiten wir schon mal den tee zu das dauert ja alles seine zeit hier kann ich ich kann schon mal oliven ernten ich muss halt gucken wegen dem inventar ne mein inventar ist relativ voll dass ich vielleicht hier so ein paar tun überall hin mache so wie viel brennstoff haben wir denn hier noch wir haben noch ein bisschen was so ich würde gerne tasse tee machen rote können wir nutzen erstmal die roten hier kann ich schon nichts machen okay hier könnte ich jetzt fruchtsaft machen oder öl ich gucke mal gerade ob ich irgendwas anderes da kombinieren kann fruchtsaft wäre bestimmt auch geil da tun wir mal die waldbären rein so wir haben noch kein malz dann gehen wir jetzt mal in die stadt ich muss ein körbchen einen futtertruck wassernapf und was nicht alles so wir haben ja ein bisschen geld höh was ist das denn das ist aber neu oder ich kann ja noch mal eine runde gehen es gab ja auch einen kleinen patch aber das war glaube ich nur das war ein hotfix meine ich so geschäft so ein baufass wäre nicht schlecht so ein fass könnte ich auch gut gebrauchen aber dafür muss erstmal größer werden aber die sind alles so teuer wir gucken ja auch gerade mal aber da könnten wir auf jeden fall ein paar sachen dann kaufen die wir auf jeden fall brauchen so was können wir denn hier kaufen was wir brauchen jetzt weiß ich ja ein bisschen mehr hier könnte ich auch ein brau was kostet aber mehr das ist aber ein rezept damit ich selber herstellen kann okay das wäre schon mal besser hier kann ich steinblöcke lagern das sind alles rezepte rezepte mega viel wert hier müssen wir alles durchkaufen alle rezepte okay priorisieren wenn ich glaube ich wäre jetzt erstmal ein braufass das kostet vier rezept für einmal habe ich schon nach hier kann ich auch hier sind rezepte ein mischtank okay das heißt wir müssen noch mal ein bisschen geld sammeln für die rezepte aber das ist schon mal gut zu wissen dann kaufe ich die nämlich nicht drüben da sind die zwar billiger aber ich finde es besser wenn ich sie selber herstellen kann es ist auf lange sicht auch besser so wir drehen eine runde hier gab es ja nur fisch ja du könntest die die sachen während du ein bienenbaum ach bürnenbaum alter ich kann auch nicht lesen ein bürnenbaum aber bäume sind op aber auch teuer ne wobei ich kaufe ich mal noch nicht ich glaube die dinger sind echt neu saufleisch muss ich noch nicht kaufen habe ich noch ok nochmal so eine blume wäre nicht schlecht so ein katzenkorb ein katzen napf aber jetzt habe ich nämlich nicht mehr genug geld dafür das heißt ich muss jetzt erstmal wieder mehr geld machen ach shit ich bin jetzt drüben gar nicht hingelaufen ja das alles habe ich ja ne hast du rezepte auch so das sind rezepte ok hier könnte ich also auch gute rezepte gut dann sparen wir jetzt erstmal bis wir um die vier haben damit ich mir so ein fass her bauen kann damit das immer so ich versuche in den rhythmus rein zu kriegen dass ich jeden tag ein voll gereiftes habe na das heißt dann hätte ich vier fässer um den d d d d 1 ist dann leer wo ich dann das rein fülle während ich das hintere dann rausnehmen also von links nach rechts ja dann leer früh mittel alt oder wie die heißen früh reif alt keine ahnung und dann geht das immer so wechselt sich das ab so jetzt müssen wir dann aber erstmal eine kiste irgendwie herstellen damit ich hier sachen lagern kann so dafür brauche ich eisennägel und scharniere wie viele eisennägel waren das oh ja nicht schlecht das heißt ich brauche jetzt noch sechs scharniere achso für die scharniere brauche ich auch nägel ja dann mach mal hier komplette nägel voll feuerholz brauchte ich noch nicht 19 uhr haben wir so katze würde ich hier so auf dem counter eigentlich hinlegen so achso die blume natürlich ich bei tun wir am nächsten tag tun wir die blumen mehr drauf ich werde diesen tag nicht mehr eröffnen muss ich noch gießen ich glaube nicht gucken wir mal ob das auswirkungen hat wenn ich die gieße und die nicht aber der t müsste ready sein ok muss ich irgendwas in den napf tun gut ich muss zum glück nur e drücken das ist gut so wir haben fruchtsaft jetzt machen wir noch mal tee noch mal roten lohnt sich gar nicht das wasser ist so viel wert tatsächlich oliven ok mit oliven kann ich also öl machen wenn ich öl habe was mache ich dann aus dem öl ich brauche noch mal einmal wasser ich brauche gar kein öl für hier irgendwas also noch nicht wäre cool wenn man auch so eine warteschlange machen kann dass ich direkt irgendwie so drei tassen tee auf einmal mache aber ich werde mich wahrscheinlich später für einen t entscheiden muss mal gucken wer mehr wert ist grün rot aber dann gehen wir jetzt erst mal pennen ich muss erst mal das bett machen so und dann werden wir jetzt aufmachen und dann holen wir uns von unten ein bier wobei ich muss mein daily kram machen ja dann lasse ich das bier nochmal einen moment drin aber der rote tee geht schon mal rein machen wir erstmal unseren daily kram und dann und dann und dann Wieso kann ich denn das nicht dingsen? Klingt irgendwie in... Im... 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 Ey, wie? Das geht's doch nicht. In der Gießkeine hängig fest. Da habe ich vergessen, wie die Gießkanne heißt. So. Das geht's doch nicht. So. 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 Man. So. 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 das heißt ich werde wahrscheinlich so um zehn uhr öffnen können ist ja sein daily kram hier immer machen und dann wird geld verdient so jetzt gucken wir mal wie viel können wir denn jetzt jetzt fehlen bretter und wieder scharniere ich habe gar nicht nach dem baum geguckt egal getreidebrei wozu brauche ich den getreidebrei brotteig damit kann ich wahrscheinlich brotteig später machen so ich werde jetzt eins a das bier ist fast ready das ist noch jung ja komm dann warten wir noch einen moment reife fass wenn ich das leer gemacht habe gucke ich mal ob ich hier was drauf tun kann wie lange dauert das jetzt noch killer katze einmal wasser wenn ich noch ein bisschen warte ist die kerze auch durch dann kann ich alle vier gleichzeitig starten oder ich mache es anders so bist du jetzt durch ich würde gerne öffnen bin schon im verzug er ist durch gut so vielen dank kann ich den jetzt ja ok können wir das noch schön machen so dann könnten wir eigentlich öffnen jetzt hast du verschiedene gerichte und getränke auf der speisekarte deiner taverne je größer die vielfalt der angebote gerichte und getränke ist desto mehr geld und ansehen wirst du gewinnen denk daran dass die kunden vielfalt nur dann zu schätzen müssen wenn die rezepte völlig unterschiedlich sind unterschiedliche zutaten oder abwendung eines einzigen rezept bringt keine abwechslung deiner speisekarte gut ja wir sind geöffnet oh shit ich habe die kerzen vergessen die die ähm Untertitelung des ZDF, 2020 Sekunde, wir sind auf dem Weg. Wie die sich unterhalten hier? Oh krass, kann ich die jetzt schon vorher putzen? Perfekt. Das ging vorher auch nicht. Also, dass man die jetzt vorher putzen kann, ist dazugekommen, dass sie sich jetzt unterhalten, das war vorher auch nicht. Da kam doch wohl ein bisschen was mit dem Patch. Ein Bier kommt sofort. Sonst noch was? Noch ein Bier. Verstanden. 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 Komme! Ich muss sie jetzt mal wischen. Komm mal nicht hinterher. Ich brauche mal eine Putzkraft. Ein Bier. Selbstverständlich. So, ich muss den Tisch jetzt auch noch mal sauber machen. Ich brauche mal einen Kellner oder einen Barkeeper oder so. Ich brauche mal eine Sitzung. Miewwww! Miewwww! ich muss mal hier einen verprügeln kommen sie sofort dass sie jetzt mittlerweile auch viel mehr essen bestellen finde ich gut ich habe nicht mehr so viel bier da muss wohl einer verprügelt werden Pissig kommen sie sofort ein kultist das letzte bier tatsächlich das sind aber riesentee schüsseln total verwässert willst du willst du was hast du für ein problem hast du verdient so was ist jetzt der sein problem komm her ja 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 sekunde ich komme sofort zu dir ja 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 sekunde ich muss noch hier ein bisschen mehr feuerholz rein klatschen es wäre cool wenn wir den tee wegkriegen wenn der tee weg ist machen wir zu oder um 0 uhr machen wir zu naja wisst bescheid oder sollen wir auffüllen dann können wir als nächstes das rezept kaufen für mehr von den fässern nach dem man in shiningen ja das ist ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Komm, noch 5 Gläser, Tee und dann... Was ist das? Oh, der hat aber nicht viel Punkte gegeben. Am Anfang haben die so 70 gegeben und jetzt geben die immer weniger. Ach, wahrscheinlich, weil es kein Bier mehr gibt. Noch 3. Gibt es ein Problem? So, wir schließen. Reiten auch schon mal alles für den nächsten Tag vor. So, wir schließen. Ich würde mich auch gerne ausmachen können, weil sonst brennen die mir ja immer weg. So, wir schließen. So, wir schließen. So, wir schließen. So, wir gehen. 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 will ich mal gucken wenn ich jetzt hier die truhe wusste da nicht jetzt hierhin mache sondern hier kommt jetzt das ganze holz rein aber nehmen wir mal ich tue hier auch die kohle rein kann ich die dann hier nutzen die kohle das heißt jedes dieser gebiete braucht sein eigenes ding okay dann kommt da alles mit holz rein brauchen wir noch mal eine kiste hier für alles mit stein und hier alles für dingens okay das heißt ich brauche noch mal holz bretter so nächste kiste ist ready so hier kommen jetzt die dinger rein stein kommen oben rein ich würde sagen hier kommt jetzt auch erst mal eisenblech teil hier machen wir auch die kohle rein das muss ich mir nur merken so ich brauche auf jeden fall noch viel mehr für drin es geht jetzt erst mal damit ich hier draußen und so hier machen wir mal die pflanzenfasern noch mit rein wobei ich würde sagen da machen wir hier auch die stein sachen mit rein oder da muss ich jetzt nicht für jedes einzelne gebiet allerdings auch ich muss dringend schlafen gehen wieso was wieso habe ich hier dieses ach so dass das müdigkeit symbol dann gehen wir mal pennen du willst pennen gehen ja das stimmt ich muss mal gucken dass ich ich muss gucken dass ich irgendwie an lagerhilfe komme aber erst mal gehen wir pennen so gut nichts gutes nächtle damit würde ich sagen war es auch für diese folge wir sehen uns in der nächsten folge wieder also bis dann